Also zuerst wollte ich nur dir sagen, ich habe keine Ahnung warum und ich kann es leider noch nicht ändern, aber irgendwie rauscht es wie Salte in einem Ort und meine Stimme ist einfach nirgendwo mehr, einfach weg, als wäre es sich gelöscht, keine Ahnung warum. Also los, so jetzt mache ich die, die genau, jetzt mache ich den Weg fertig, zuerst muss ich mal noch die Bäume fertig fällen, also, wie viele sind das etwa, 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 etwa. Das kannst du schön vergessen, ich wollte es aber keine Fälle mehr, alles klar, etwa, etwa, 6, 7, oder 10, keine Ahnung, und äh, vielleicht muss ich gleich mal noch die Aufnahme unterbrechen, man wird sehen. Und wegen diesem Scheissrauschen, das man da die ganze Zeit hört, keine Ahnung, was ich da machen soll. Die Musik übertönt, das glaube ich nicht ganz so, wie ich das letztes Mal mitbekommen habe. Ah, apropos Musik. Jetzt mal vergessen, Musik kann sie machen, genau. So, jetzt wieder. Endless. So, jetzt nochmal. Im bother. Super. Ich glaube, die Musik sollte das Rauschen jetzt übertören, weil sie ziemlich laut ist. Ich muss halt auch lauter reden. Oh, dieser viele Steine hier. Was soll das eigentlich genau darstellen? Das ist ein Mega-Toi-Gabion. Und gibt es dort irgendwie von diesen Findlingen oder was? Der Timbermord war einfach geil, aber das ist eigentlich das selbe. Ich glaube, gleich muss ich Level-Farming gehen, verdammt. Weil sich die Axt langsam verabschiedet. Verdammt. Doppelfedammt. 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 So. Schaffe ich das? Dopp. Ah, es waren nur ein Dreisprung. Und da haben wir es gesehen wie ein Viersprung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ich habe wieder keinen Kessel dabei. Scheisse. Hier könnte man auch mal eingrenzen. Hier unten ist noch Glowstone. Vielleicht nicht gerade mit dem Schwert abbauen. Kann die Lava hier bitte mal verschwinden. Kann die Lava hier bitte mal verschwinden? Jetzt bitte noch ganz. Danke. Apropos etwas will ich mal ausprobieren was passiert wenn man... jetzt habe ich mal ausprobieren. Jetzt habe ich einfach Obsidian. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Das ist nicht so gut. 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 Oh, nice. Löffi 3 jockst. Geil. Hm, das sieht man von hier aus. Ich würde mal sagen, das geht so nicht. Das muss ich kurz ändern. Nein, jetzt im Endeffekt, das geht so nicht. Fremd. Oh, nee. So. 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 Okay. So. Okay. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. So. 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 Yeah, das braucht echt alle level. Wie viel will der für das? Zu teuer. Willst du mich verarschen? Ähm Apropos geil, übrigens Effizienz 3, Halbockat 2 Halbockat 2, Effizienz 3 Genau umgekehrt Ist jetzt eine schwierige Entscheidung, welche brauche ich zuerst? Die hier Oh, felont Oh, zum Glück wird es jetzt sieht man wieder mehr Oh, zum Glück wird es jetzt sieht man wieder mehr Und dann mal wieder besser Und dann mal wieder besser Und dann mal wieder besser Aber das ist jetzt eine Schwester Und dann nochmal wieder besser Ah, das ist klar. Hier ligt mijn kleine oogman op. War doch gerade ein bisschen leise. Ach, und ich habe die Partikel wieder auf Standard geändert. Also auf die, die in Default, ähm, auf die, auf die, in Default, ja. Ich habe gerade ein anderes Wort gesucht noch. Ich habe gerade ein anderes Wort gesucht noch. Oh, verdammt. Was zum? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll ich den erhöht machen? Ich glaube ich mache den erhöht. Holz habe ich ja genug. Hoffe ich zumindest. Lampen mache ich aus Clothstone. Oh, verdammt. Ehm. Ehm. Latterrack kann auch noch weg. Ehm. Wo war der nochmal? Ähm. Hier. Dann die Setzlinge hier. Und noch mehr Holz. Äh hier. So. Alles hier hin. Packen. Dann das Holz hier rüber. So. Ich glaube so viel Holz habe ich noch nie gefahren. Und. Die Axt brauche ich dann. So. Sticks. Dann. Zauen. Wikingzaun nochmal. So. Ja. Ähm. Die Drehklaun. Das schluss, doch. Wie war das? Dann dahin. Dann ganz genau. also holz habe ich glaube ich auf jeden fall genug jetzt wo fang ich dann hier glaube ich also mach ich denn vier bereit ich glaube es ja crafting table es war so hoch ich glaube ich noch ein so es war so 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Da kann ich gleich noch Fast Bridge nüben aufhören. Da kann ich gleich noch Fast Bridge nüben aufhören. Das ist auf jeden Fall genügend Breit. Und passt zum Glück genau hier. So dass ich nicht noch vom Hügel wegpacken muss. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, ich kann mich hier drüben erzählen. Nein! Verdammte Scheisse. Egal, das merkt man nicht wenn ich das so mache. Stimmt, darum habe ich überhaupt gezählt. Ich kann einfach dort schauen. Meistens 2, 3, 4, 5. Dann komm. Ähm. Habe ich mich... Ja toll, ich habe mich wieder verzeiht. Weg damit. Ach, weisst was. Scheiss drauf. So lange ich Platz habe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hier gehe ich nur 1 runter Ach weiss was 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ähm, alles klar Ich habe mich rausgebullt Gebullt, gebullt wollte ich eigentlich sagen 1, 2, 3, 4, 5 Ich dachte es reicht gerade noch Aber anscheinend Hat es nicht mehr gereicht So Ähm, genau Das ist dann zu hoch 2, 3 Hat Ähm Alles klar Hier Ne, hier Hoffst du mindest Ja, ich würde mal Wie geht's das? Ja, ich würde mal Was ist das Crafting Table? holen ich bin ich eigentlich auf die Idee kommt Geld gleich noch das als besser hier habe ich mich erzählen So. 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 Kann man das so gelten lassen? Ja, ja. Ich denke schon. Oder vielleicht so. Ja, ja. Kurz, dass das das Zeugs hier runterbringen. So. Das Kräfte mitnehmen. Dann brauche ich wieder Treppen. Das Kräfte mitnehmen. Und Ähm, was mache ich hier gerade? Schon wieder. Ja. 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 Verdammt. Ähm. Oh. Noch eins. Bringt man das so rein? Das sollte gehen, ja. So. Jetzt wieder eins. Warte, jetzt habe ich hier. Nee. Das macht nicht so. Dann kann ich hier so. So. Mit. Hm. Es hat noch eins aus. Okay. Zwei. Drei. Vier. Jetzt habe ich hier ein Block. Wieder ein Block. Wieder ein Block. Wieder ein Block. Und hier mache ich, glaube ich, wieder ein Block. So. Ähm. Rukkel Rukkel. Hallo. Jetzt. geht es aber wieder ein Block. So. Jetzt muss es aber wieder ein Block. Das ist so. Okay. Wenn ich das jetzt hier mache, schaue ich dann gleich. Also, bin ich gleich wieder da. Also, bin ich gleich wieder da. Also, bin ich gleich wieder da. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.